Ja hallo, ich bin Sven Sinseling, komme aus Hanau und wohne seit knapp sechs Jahren jetzt in Kau Lack. Seine Jobs, Pool reinigen, Currywurst verkaufen und ein deutsches Kino betreiben. Sven ist Multijobber mitten im Urlaubsparadies Thailand. Ein kleines Kino an der Hauptstraße von Kau Lack. Sven ist zu Hause. Es ist neun Uhr, höchste Zeit in den Tag zu starten. Wir gehen jetzt zum Meat Porter, da wo es halt die Currywürste gibt und den Leberkäs und auch die Pommes, die ich halt brauche. So und das ist der Chef. Also wenn man irgendwas braucht, wendet man sich am besten an ihn. Er besorgt alles, was man braucht. I need French fries and German sausage. German sausage. Klar, wenn man in den Supermarkt geht in Deutschland, ist es einfacher natürlich. Weil da steht alles fertig da. Hier muss man ewig rumfahren. Dann gibt es das nicht. Dann muss man erst nach Pocket fahren, das holen. Also klar, in Deutschland ist es dann schon einfacher. So sieht die Currywurst aus. Aber noch nicht fertig. Das ist nur der Rohzustand. Mit den Einkäufen geht es erst mal wieder nach Hause. Andere Dimensionen als in Deutschland. Also in Hanau waren es um die 60 Quadratmeter. Das waren 420 Euro warm. Und hier sind es auf jeden Fall 150 Quadratmeter und kostet zur Zeit 9000 Watt. Das sind rund gerechnet 200 Euro. Das klingt erst mal billig. Aber trotz mehrerer Jobs verdient Sven nicht mehr als 700 Euro im Monat. So, da habt ihr meine Familie. Das ist die Army-Maus, die Beach-Maus und die Schlaf-Maus. Das ist meine Familie. Die sind immer da, wo ich bin. Und eine richtige Freundin? Ähm, na, eine Thai-Frau, den hab ich nicht. Und das werde ich auch gar nicht anfangen. Das sei ihm viel zu kompliziert. Und außerdem ist für sowas keine Zeit. Ab 10 müssen die Pools gereinigt werden. Lass dich ruhig festhalten. Bei mir ist was dran. Jetzt heißt es erst mal heil ankommen. In Thailand muss man halt aufpassen, weil sie fahren halt sehr schnell. Und das Problem ist, teilweise können sie kein Auto fahren oder auch kein Moped. Und deswegen knallt es halt jeden Tag. Guck mal, so fahren die Thais auf dem Moped. Benjamin, say hello to German TV. Das ist ein Freund von mir, der hat hier eine Bikerbar. Total verrückter Vogel. Mitten in den Bergen, in einer Luxusanlage, reinigt Sven die Pools. Doch heute ist was schiefgelaufen. Einer der Pools ist auf einmal grün statt blau. Oh ja, der ist kurz vorm Umkippen. Da muss Chlor rein. Vor drei Tagen hab ich ihn ausgesaugt und Spielsachen raus und halt richtig abgeschöpft, also mit so einem Kecher. Und muss zu meiner Schande gestehen, ich hab halt vergessen, Chlor reinzutun. Also das ist nicht die normale Farbe des Pools, nein, auf keinen Fall. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Ist jetzt etwas peinlich. Und das auch noch im Fernsehen. Svens Eltern haben eine Schönheitsfarm in Hessen. Sven ist eigentlich Gastronom. Das Poolreinigen hat er sich selbst beigebracht. Ins kalte Deutschland zieht ihn so gar nichts mehr zurück. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Nein, ich konnte mit Winter noch nie was anfangen. Weil da musste ich wieder dick anziehen. Nein, manche finden es toll. Ich mag es gar nicht. Auf dem Heimweg noch schnell getankt. Auch das ein bisschen anders als in Deutschland. Der Unterschied zu der deutschen Tankstelle ist eigentlich, erstens kriegt man hier getankt. Und der Nachteil ist einfach der Spritpreis im Moment. Wie ihr seht, ist er jetzt Minimum bei 32 Bat. Das sind also über 55 Cent im Moment der Liter. Jetzt lachen natürlich in Deutschland wieder viele 55 Cent. Man darf aber nicht vergessen, was verdient man in Deutschland, was verdient man hier. Und deshalb heißt es schaffen gehen. Über die Landstraße geht es wieder Richtung Kino. Nur widerwillig lässt sich Sven überreden, kurz an den Strand zu gucken. Ein Luxus, den er sich normalerweise nicht gönnt. Also Zeit jetzt so an den Strand zu gehen, ganz ehrlich in der High-Season. Wenn es hochkommt, ein- oder zweimal im Höchstfall. Du musst halt arbeiten, um Geld zu verdienen. So und mittlerweile mache ich jetzt zwei Jobs. Das ist halt gar nicht zu ändern. Ist auch anders gar nicht machbar. Und während sich am Strand von Kaulack die Sonne senkt, trudeln bei Sven die ersten Gäste ein. Der 39-Jährige führt durch sein Kinoreich. Da kannst du dich halt gemütlich hinlegen. Kannst essen, trinken, rauchen. Kannst im Endeffekt machen, was du willst. Und die zweite Variante. Du hast dann hier hinten die Bambushütten. Mit Fernsehen, DVD, den Kissen. Und hast dann so eine Menükarte mit 250 Filmen. Und kannst dann im Endeffekt gucken, was du willst. Manche Leute klappen das dann sogar zu. Habe ich auch schon gehabt. Was die dann da drin machen, ist mir eigentlich Jacke wie Hose. Doch den meisten, die hierher kommen, geht es gar nicht ums Kino. Viele kommen einfach nur wegen der Currywurst. Der Punkt war einfach, dass unheimlich viele Leute irgendwann das Reisessen satt haben. So, und der Deutsche brauchte ja immer seinen Schnitzel. Und irgendwann fragten die Gäste, Mensch, warum machst du keine Currywurst? Currywurst ist kurz, geht schnell. Und im Kino eigentlich ideal. Seine Gäste werden in wenigen Tagen wieder nach Hause fliegen. Sven bleibt hier. Auch wenn er jeden Tag 15 Stunden arbeiten muss. Nach Deutschland zurück will er nie wieder. Fuck. Musik Musik